Hallo. So, wir sind jetzt. Habe ich überhaupt schon alle gesagt? So, wir sind normal jetzt. Ich bin kurz zu diesem neuen Date im Vlog. Ich bin kurz zu diesem neuen Date im Vlog. Äh, wir haben, bzw. ich habe verschlafen. Ich sollte eigentlich vor einem Moment bei meinem Daddy sein. Und deswegen beeile ich mich jetzt ein bisschen. Und genau, wir fliegen nämlich heute nach dem Miracle. Paul ist immer noch dabei. Hat bei dem Video übernachtet. Ah! Freedom! Okay, wir sind jetzt am Bahnhof. Wir haben unseren Zoo verpasst, bzw. wir haben jetzt schon zwei Zoo verpasst. Und, genau. Ich habe mein Akkoladegerät für meine Kamera vergessen. Das ist ziemlich scheiße. Aber, ich habe mir jetzt wohl im Mediamarkt Neues gekauft. Ja, weil es nicht gerade billig, aber besser als keines. Wir haben unser Leihauto gerade abgegeben. Wir sind am Flughafen angekommen. Und... Ja. Leute, da fährt gerade einfach der Mannschafts-Airbus von BVB vorbei. Was? Nice. So. Jetzt gehen wir auf den Flieger. Hier Wolfgang. Und... ErС den wir IN Cl greenhouse. War unter unser insistens sowas aus, war ein BVB survive- Chaos. Der Physik. Es ist nicht mehr einfach egal, Wir haben genug darauf hin, Wir stoppen in London und fliegen von dort aus weiter nach Bosn-Amerika und jetzt haben wir erst mal zwei Stunden aufgenommen. Ich fühle mich jetzt wirklich so blendend. Irgendwie ist es ein bisschen schlecht, ich habe auch viel und mir ist gerade aufgefallen, dass ich mein Video nicht rechtzeitig hochladen kann, weil ja Zeitverschiebungen und so ist und ja, deswegen kommt es jetzt halt später. Egal, auf zum zweiten Look. So Leute, das war es mit dem heutigen Vlog mal wieder. Es ist jetzt mittlerweile richtig spät in Deutschland, irgendwie 6 Uhr morgens und hier auch irgendwie schon 2 Uhr oder irgendwie so halt. Mir ging es jetzt am Ende vom Flug nicht mehr so super gut, deswegen habe ich da auch nicht mehr gefilmt. Wir sind jetzt im Hotel, übernachten eine Nacht und dann fahren wir morgen zu unseren Freunden, bei denen wir auch übernachten. Ja, ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.